Hallo meine Freunde und willkommen zum vierten Teil meiner Curseplay Tutorial Reihe. Ja, was erwartet euch heute? Und zwar wollte ich euch heute mal den Fahrzeugverband zeigen, näher bringen. Einmal hier mit zwei Traktoren, mit einem Grober dran und dann dahinten stehen drei Drescher. Ja, wie es auch mit drei Drescher funktioniert. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier. Oh, wir laufen schon. Starten einfach hier mal mit dem kleinen Traktor, den 7,24 von Fendt und den Armazone Gruber. Ja, ihr habt große Felder wie zum Beispiel jetzt hier die 41 auf der Map M Creek und ihr habt nur diesen kleinen 4 Meter Gruber. Boah, das dauert mir zu lange. Ähm, größeren Gruber kann ich mir nicht leisten. Ich habe nicht den starken PS Traktor dafür zur Verfügung. Aber ich habe nochmal einen Traktor in der gleichen PS Kategorie und eventuell nochmal einen Gruber über oder Geld für einen Gruber über. Ja, dann lasst doch zwei Gruber fahren. Ganz, ganz wichtig. Wirklich, ähm, die Geräte müssen die gleiche Arbeitsbreite haben. So, ansonsten ist es im Grunde das gleiche Prinzip wie bei der normalen Kurserstellung. Ihr geht ins Menü, wählt dann sehr viel Feldarbeit aus. Ja, macht hier die Zielposition setzen. Die Feldposition ist sogar schon drin. So, und dann macht ihr hier den, oder öffnet ihr den Kursgenerator. So, machen wir mal vier Meter. Jetzt hier bei Fahrzeuge auf dem Kurs. Wir haben jetzt zwei Traktoren geplant, machen wir auch zwei. Anzahl vorgewendet, machen wir auch mal zwei. Und wir machen die Kanten wieder spart. So, hier machen wir noch die Grenze, machen wir auch null. Den Rest können wir eigentlich alles so lassen. Ja, und dann können wir das Ganze generieren. Und das wieder schließen. Und dann gehen wir hier einmal zurück. Und öffnen uns das Menü hier. Und jetzt müssen wir hier gucken, wo wir den haben wollen. Rechts ein oder links eins. Den lassen wir jetzt mal links fahren, den Kollegen. Und den anderen müssen wir gleich rechts ein. Was jetzt noch wichtig ist, wir müssen den Kurs speichern. Auf der 14 Quadras. Pro Bahn, bei Fahrzeuge nenne ich das einfach mal. 4 Meter, 4 Meter, einfach jetzt nur mal fürs Tutorial. Denn wir müssen mit dem zweiten Traktor gleich, ja, das Ganze auch öffnen. Oder den Kurs laden, besser gesagt. Den lasse ich schon mal starten. Wir müssen jetzt gleich losfahren. Und wir gehen einmal in den zweiten. So, und der soll ja auch diesen Kurs hier fliegen. Laden. Und der soll dann aber rechts einfahren. So, ihr seht, der P ist schon los. Und den zweiten, den setzen wir jetzt hier nebenan. Und machen auf den ersten Wegpunkt starten. Der fährt jetzt rechts, der andere fährt links von der Linie. Und, ja, jetzt gucken wir dem mal zu. Das war es im Prinzip auch schon, ne? Gucken wir mal da vorne, der macht schon die Ecke. Ich kann mal gerade hier, da wollte ich hin, wenn ich jetzt alle Wegpunkte mache. Ihr seht, normalerweise fährt das Fahrzeug direkt unter der Linie, wo die Wegpunkte sind. Jetzt fährt einer links und einer rechts. Haben wir so eingestellt. Das müsst ihr beachten. Guckt mal, so einfach kann man den Fahrzeugverband aktivieren, sag ich mal. Einstellen, ja? Während die zwei jetzt hier ihre Runden fahren, sag ich mal, machen wir das Ganze doch nochmal hier mit einem Drescher. Und dann machen wir mal drei. Auf Feld 2 und 4. Wir gehen auch wieder hier ins aktive Helfermenü. Job erstellen. Gehen auf Zippel-Feldarbeit. Sehen hier einfach mal auf der geraden Strecke die Startposition. Ach so, jetzt habe ich ihn verkehrter Lichter und verstehen diese. Das ist aber egal. Dann lassen wir uns einfach mal entgegengesetzt fahren. Können wir auch mal einstellen. Drei Fahrzeuge. Vorgewende machen wir mal auch zwei. Fahrt und wir machen mal gegen den Uhrzeigersinn. Dann machen wir auch. Mal generieren. Ne, Vorgewende machen wir nur noch eins. Weil wir mit drei Drescher unterwegs sind. Und dann zurück. Und wir speichern den Kurs. Auf der 42. Addression. Drei Fahrzeuge. Einfach nur. Ich denke, ich brauche die anderen beiden. So. Da können wir jetzt nämlich nicht nur links wählen, sondern auch noch Mitte. Und natürlich auch wieder rechts. Den ersten lassen wir links starten. Machen wir den ersten Wegpunkt. Los geht's. Ich würde die Fahrzeuge auch nicht so schnell hintereinander starten. Denn, ähm. Denn, äh. Die brauchen ja auch ein bisschen. Ähm. Platz, ne. Und den machen wir Mitte. Zack. Und dann haben wir noch einen. Den machen wir dann rechts. Ähm. Nicht, dass die sich dann ins Gehege kommen, ne. Ich hätte jetzt auch den ersten rechts einsetzen können, im Grunde, ne. Das kam jetzt durch links, weil ich die jetzt verkehrt rum im Grunde. Wenn wir jetzt hier rum gefahren, in die Richtung. Ne. Nach hier rum. Dann links wäre der erste außen gewesen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Weil wir jetzt ja im Unzeigersinn fahren. Aber. Weißt du. Okay. Auch an. Und recht. So. Ich mache nochmal gerade den. Weitere. Hm. 6 Meter. 6 Meter. Und der hier. Hat. Auch 6 Meter. Alles klar. So. Die fahren jetzt hier. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Weil ich, wie gesagt. Im Gegensatz vom. Uhrzeuge sind. Die habe ich fahren lassen. Aber. Ihr seht. So schnell. Könnt ihr. Ein Fahrzeugverband aktivieren. Ja. Guckt. Weil der erste jetzt hier die Kurve macht. Ecke. Im Rapsfeld. Äh. Muss der zweite jetzt schon warten. Deswegen. Startet die nicht zu schnell hintereinander. Sonst habt ihr Stau und ein Problem. Aber ansonsten klappt das ja bisher schon mal sehr gut. Ähm. Was mir gerade auch aus dem Auge fällt. Wenn ich mal hier gerade die Maus zeige. Ähm. Aktuellste Version. Gibt eine neue Version. Die 7.0.1.11. Ja. Ist gerade die aktuellste. Die es zur Zeit gibt. Wo ich dieses Video. Aufgenommen habe. So. Wir springen noch mal zu den Traktoren. Die sind hier noch fleißig dabei. Guckt euch das mal an. Im zweiten Vorgewende. Ja. Es funktioniert. Danach fahren sie die Bahn hoch und runter. Ganz normal. Wie der normale Curseplay-Fahrer auch. Nur halt. Dass mehrere auf einem Feld sind. Ja. So. Jetzt sind wir hier beim. Bei den Dreschern. Was macht der zweite? Der macht auch die Kurve. Deswegen wartet der dritte. Es ist so schön, dass der wartet. Der lässt den Platz. Was will man mehr. Es funktioniert. Liebe Leute. Ja. Das gucken wir uns mal gerade an. Wie sie das Vorgewende fahren. Und ansonsten. War es das eigentlich schon hier. Das ist das Ganze. Ich versuche die Tutorials ja relativ kurz zu halten. Kurz und knapp. Aber schlüssig. Gerade. Für Anfänger oder Fortgeschrittene. Im Bereich Curseplay. Ja. Die Profis unter euch. Ich weiß. Ihr braucht das Video nicht. Ihr kennt euch damit aus. Aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen doch noch so ein kleiner Kniff. So ein kleiner Trick. Dabei. Wo er sagt. Mensch. Das wusste ich nicht. Das ist echt gut, dass das mir mal einer sagt. Ja. Ansonsten klappt das hier schon mal ganz gut mit den kleinen. Mit den kleinen Deutz-Fahrdrechern hier. 6 Meter Schneidwerksbreite. Das sind jetzt hier noch relativ humane Felder. Aber die 70, 69, 68, die sind natürlich schon eine Nummer größer. Oben die 32, 31, das sind ja auch groß. 10 zum Beispiel. 38, 39 ist auch relativ. Wenn ihr da mit den größeren Dreschern erfahrt. 2 Class Lexion oder sowas. Zum Beispiel. Ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Außer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt. Abonnieren anklicken. Kostet nichts. Ich würde mich über weitere Abonnenten freuen. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen zu Curseplay habt. Dann kommt doch einfach auf meinen Discord Channel. Discord Server besser gesagt. Da gibt es einen Curseplay Channel. Curseplay Support nennt sich der. Da könnt ihr Fragen zum Thema Curseplay stellen. Und die Community hilft dann. Oder meine Jungs aus dem Curseplay Team. Oder meine Wenigkeit sogar persönlich. Deshalb meldet euch doch da einfach mal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder ähnliches. Gibt auch sonst noch nette, lustige Sachen da. Jede Menge Channels zur Verfügung. Oder man quatscht einfach mal zusammen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Genauso wie der Link zu Twitch und Instagram. Wenn ihr mir da mal ein Follow lassen wollt. Gerne könnt ihr dieses tun. Ich poste da hin und wieder Bilder. Tolle Stories. Und vieles mehr. Ansonsten vielen, vielen Dank nochmal. Macht's gut. Bis zum nächsten Teil der Curseplay Tutorial Reihe. Tschüssi. 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 Tschüssi.